Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Hier ist auch noch ein Safe. Ich glaube die ganzen Hinweise wahrscheinlich noch finden. Äh Waffenraum hier. Genau. Wo sieht es aus? Das sieht so aus als ob... Hier ist ein Haken drauf. Wo brauche ich die jetzt? Nicht mehr? Gar nicht mehr? Ja. Ja. Ich weiß nicht genau ob ich die Schlüssel noch brauche. Hier ist doch eine Kiste hier. Dann können wir loswerden. Und zwar den hier und den hier. Die behalte ich. Die behalte ich. Die Ländgranate kommt weg. Hallo. Oh er ist weg. Oder sie. Ich weiß nicht genau was es war. Was für einer es war. Siehste. Hinter der Ecke versteckte sich. Sie. Ich will nicht diskriminierend sein gegenüber. Ja ist das jetzt polizeiweib oder so? Siehste. C, A, P, ne? Ja. Bei Chaussee. Ach, kein Messer mehr. Scheiße, ich dachte, ich habe noch ein Messer. Ja, komm. Das ist nach dem Motto, dreimal wirst du getroffen, dann bist du tot. Und der steht aber schon auch wieder auf, ne? Ja. Der Aschprint, yay. Viel zu viele Leichen auf dem Fußboden. Alles Potenzielle, wieder Aufersteher. Ach, das ist sehr lecker. Komm. Ja, ich bin leise. Oh, Alter. Fick dich. Echt? Zwei Angriffe kaputt? Pfff. 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 Okay. Okay. Oh, so. Ich muss das mal nicht hier. Pfff. 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 interne büro das start so zweites f ins büro west seite 1 verlegen 9 15 7 nicht schlecht hochwertige schießpulver damit kombinieren genau habe ich mir noch gemerkt von vorhin ich darf nicht hier darf ich nicht gut dann nehme ich das jetzt damit ich gegen den ist er jetzt weg so Das war's für heute. was das vier schüsse brauchen die als nächster nähe mal lecker mio matro da kann ich noch nicht rein dann kann ich aufschließen ok den hatte ich hier brauche ich noch irgendwie den hebel da kann ich jetzt eigentlich nur noch auf dem dachboden richtig das ding mitnehmen die batterie erstaunen den brauche ich den brauche ich den brauche ich zwei platz heilung jetzt heilen oder später ich nehme vorsichter wands mit wenn ich noch einmal betroffen werde sollte ich heilung dabei haben mehr sinniger glaube ich oder wenn die schuss auch immer weniger war so gut aus zum anfang ist es jetzt ist es jetzt hier 9 5 9 links 15 rechts also also das war es also nicht ok also für den tresor den anderen tresor oh 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 Was hat er gesagt? Die Munition ist echt knapp. Da bleibst du liegen. Rechts aber schnell. Die Munition ist echt knapp. Zepter. Jetzt hab ich das Zepter. Ich weiß zwar nicht was ich mit einem Zepter machen kann, aber ich hab ein Zepter. Gesundheit ist nicht so schön. Ihr bleibt da schön liegen. So, hier ist ja der Feueralarm noch voll am Gang. Ich erinnere mich. Kam ich nicht hier eigentlich zum Dachbuch? Boah, ich war hier nicht dazu zum Dach. Ich dachte. Das dachte ich echt. Da muss das ja auch auf der anderen Seite gewesen sein. Noch ein Stock für Kör. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh Gott. Also. Auf die andere Seite. Da stöhnt etwas. Wirklich. Hier hoch. Bleibt alle liegen. Böse. Zombies. Am Ende. Ich bin jetzt nicht gleich. Wie denn die Kronleuchte. Am Ende geht's. Hier war ja da. Ich hab da vor. Wie denn? Ich bin schon. Wie geht's. Wie geht's. Das ist ein Bon Leuchter. Wie geht's. Wie geht's. Ich bin schon. Achso, die Batterie. Habe ich die jetzt mit? Ja, habe ich. Das war klar. Gucken wir mal eben schnell, was das hier noch war. Frau, Bogen, Schlange. Frau, Bogen, Schlange. Wieso denn auf mich? Ich habe dir gar nichts getan. Greif den anderen an. Alter, sind die nicht etwas overpowered worden? Ja, genau. Die sind doch ein Zombie von hinten. Natürlich. All right. Hör? Echt jetzt, ey? Halb am Verrecken? Da kommt so ein Lecker von der Decke. Äh, Lecker, Entschuldigung. Der Olle, Lecker, äh, Lecker. Er ist so lecker, der Lecker. Fuck, hier wollte ich gar nicht lang. Ich wollte, ich muss... Moment. Da muss ich lang. Hallo. E-bims. Muss ich echt noch das eine Erste-Hilfe-Spray benutzen, was ich noch in der Tasche hab? Pfff. Er quält sich da unten auch ein bisschen vor sich hin. Ach, nein, nicht die. So. Letzte Münze reinsetzen, ne? Da geht es nach unten. Hm. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Nope. Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Sofort! Nein, nein. Ich... ...bette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Hey! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Hören Sie mir nur. Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte's nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Jawoll. Jawoll. Verstanden. Ich will aber noch gar nicht gehen. Ich will noch zu dem Safe. Was? Oh, nein. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Ich wollte noch zu dem Safe. Will ich echt nicht mehr zurück? Scheiße. Muss ich jetzt echt nochmal nicht... Warte mal. Ich kann laden. Laden. Ich will noch zu dem Safe. Das geht gar nicht klar. Einfach so... rausgehen. Der müsste... Ähm... Hier sein? Ja. Ach komm. Tritt doch einfach zu. Fuck. Nee, Alter. Kommt ja sowieso wieder zurück, glaub ich, ne? Ja. Kommt ja sowieso wieder zurück, glaub ich. Was ist hier? Oh Gott. Der Moment, wo ich mich immer verlaufe. Ah, hier. So, neun. Fünfzehn. Sieben. Tasche. Hat sich gelohnt, weiß ich nicht. Komm ich nicht von hier auch irgendwie wieder raus. Mal Aktenraum komm ich nicht rein. Mal schnell zu weg. Durchs Büro. Hätte ich ja gleich durchs Büro gehen können. Idiot. Ich bin jetzt echt da aus drunter. Ach. Ach. Das war's für heute. Reaktionstechnisch bin ich ja echt nicht gut ausgerüstet, ne? Dafür, dass ich mal irgendwie 40 Schuss hatte oder so. Mich fressen echt viel die Zombies hier. So. Geht das überspringen. Pause. Überspringen. Oh, wow. Aber hinab in der Donkelheit. Ganz oben anfangen. Hunkerarte. Ich brauche etwas um das Ding aufzumachen, damit ich Ausrüstung bekomme. Und hier komme ich weiter. Weg, Schuss. Heizmuskel in der Polizeianlage. So sieht es auch anders aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube jetzt, dass wir das Ding mit dem Boss verbringen. Oh scheiße. So. So.